so mahlzeit servus und hallöchen und herzlich willkommen zum zweiten spieltag des ersten fx nürnberg centric deuchert so hier haben wir zum zweiten spiel tag in der fußball bundesliga kommen wir gehen jetzt mal auf die andere seite rodriguez ganz alles so wenn haben wir denn hier viel vor dem gang für den tippen was du noch etwas aufhol das fiege aber mir die andere richtung nein ich mache natürlich nur er das alte das ist 24 verarschen dann lassen wir die noch mal ordentlich trainieren da guck mal was geht ganz schlecht rodriguez ein bisschen durch jetzt ist ein hoch so letztes spiel ja ein erkämpftes hat erkämpftes ist jetzt schon wieder mittagspause ein hart erkämpftes kommen dann lassen wir noch mal die gleichen jungs trainieren ein harter kämpftes 0 zu 0 beim fc schalke 04 mit ein bisschen glück klar wir hatten auch viel glück dass man kathol knall gekriegt haben aber mit ein bisschen glück kannst du doch mal auch das tor schießen in der 85 und dann gewinnen wir das spiel aber hat wohl dann hat wohl dann doch nichts hat wohl dann doch nicht sollen sein deswegen geht es dann heute am zweiten spieltag nächster krache das union berlin ist aufschieben so ein national trainer für die von südafrika sehr sehr geil die hatten in den 90ern so ein cooles trikot so pressekonferenz erste fc nürnberg wir motivieren die jungs natürlich klar interesse an sagadou ja das mal scout marcel ruiz war grüß insgesamt 73 jahr den den können wir eigentlich entfernen und der hat 62 jahr ja viel versprechend gewesen wenn wir hier die folge die saison tatsächlich noch weitergemacht hätten spiel ist ausgeriert wir wollen doch verletzt ach daniel costa ja sehr schön das freut mich natürlich sehr so michael ich habe die geplanten für die nächste spiel gesehen festgestellt dass ich auf der bank guck du hast doch ja darfst du dich freuen was dabei gespielt glaube ich im letzten spiel wir sind auf 76 runter gefallen so wir schauen mal wie es mit der mannschaft ausschaut das sind eigentlich alle fit weißt du was damit er gibt haben wir den rein so enrico valentini für müller mal oder so mareschka könnten wir mal rein tun mai braun mal rein oder grüne abdäuchert grede los sali im eindeutig ein stürmer zielen sei mir nicht böse aber wir hauen meinen ab raus ja und dann hätten wir gesagt legen wir los als erstes heim spielen dieser saison ich freue mich sehr ich hoffe wir werden natürlich ja darauf habe ich jetzt auch kaum bock weiß was drücken wir weiter drücken wir weiter heute im spiel ist der fx nürnberg heimspiel gegen bayern und vier leverkusen zweiter spieltag freunde es geht los der klub von rechts nach links lichter klub hier schon los hier unten seht ihr die mannschaftsaufstellung also wie scharf geht in bayer rauf gibt es tatsächlich freistoß aber bauer dritten rhein nein es war mehr blind als irgendwie gekonnt oder gewollt wir müssen halt weiter höchst konzentriert spielen höchste konzentration sehr schön kammer bau jetzt dass der bau mit der larven du bist füßballer du musst das machen während während läuft doch möge mit der ecke kopfball bau wieder der kämpt'n hannu bärenz alter schwere riesenmöglichkeit für den klub alter verwalter das wäre natürlich eine feine sache gewesen jetzt das wäre natürlich eine feine sache gewesen und man da macht er eine bewegung einen schlenk und dann ist er durch was ist Thomas Müller nee oder krass der spielt bei Leverkusen krass der spielt in Leverkusen jetzt wahnsinn und so setzt ihr gegendorgen diese saison eingekriegt ach gut zu füß egal mund abputzen ihr tragt das weinrote trikot in eurem herzen auf eurer brust gut im herzen weiß ich mehr da weißt ihr heutzutage gar nicht mehr so ne weil den dini trägt es in der brust das war's mir Junge 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 jetzt legen die aber los hier die Leverkusener naja da haben wir jetzt doch ein bisschen Glück das ist ein paar lecker wie kann der so schnell nach unten laufen sag mir das mal Anna wie kann der so schnell nach unten laufen so kann man bauen der gute Bahn fehlt jetzt natürlich hinten stark weil er vorne ist stark sehr schön ja 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 Kopfball Isak mit der nächsten Möglichkeit für den Club hier noch einmal der war stark der war gut Kölner Junge das müssen wir besser verteidigen das müssen wir eindeutig besser verteidigen so da wir den hatten es gibt Freistoß für den Club Everton nicht mehr der ist der ist sehr schön neu stark nein Nein, Löwen! Nein! Stark! Gut, Leibold! Das war wieder zu! Stark! Ah! Ah! Uiuiui! 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 Boah, Löwen! Beherzt dazwischen! Vorsicht! Boah! Die Dachstoß! Puh, jetzt einmal hier ganz fein durchatmen, liebe Freunde! Abseits! Nein, kein Abseits! Foul! Ja! Ja! Oh! Nein! Was war das? Was war das, Löwen? Nein! Ei, ei, ei! Obacht! 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 Das ist wieder kein Abseits. Das ist wieder kein Abseits. Nürnberg spielt nicht verkehrt. Nürnberg spielt echt nicht verkehrt. Sehr schöner Seitenwechsel. Traum! Möbel! Ja! Schuss! Nein! Das gibt es doch nicht. Nächste Möglichkeit, wieder durch Wieschack. Eieiei! Jetzt hätten wir doch hier mal langsam ein Dorf verdient hier. In der Hütte. Jetzt hätten wir aber doch mal hier langsamer Dorf verdient gehabt. So, Leverkusen kommt noch mal. Stark dazwischen. Schade, 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 schade. So, halbzeit. Eieieiei, da haben wir doch jetzt ordentlich Glück gehabt. Ich glaube, die haben zweimal am festen geschossen. Ja, wir spielen aber nicht verkehrt. Wir spielen nicht schlecht mit. Boah, das war die Halbzeit jetzt. Auf geht's, Nürnberg. Kämpfen und siegen. Nein, nein, wieso bleibt ihr da hängen? Sehr schön. Sehr schön. Beerenz. Hans, Hans. Du Lump. Eieiei, Obacht geben. Ah, die muss er kriegen. Ui, zum Falschen, aber. Eieiei, Obacht. 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 Wieder abbleckt. Er klockt. Vorsicht. Bah, äh, Vandane wollte ich so sagen. Kepper hält ihn. Barriert ihn. Es steht. Nur noch 1-0. Leverkusen kommt noch mal. Über Lamella. Erste Mal klärt. Faul. Schiri, Schiri. Stark. Isak. Ja. Obacht. Vollhand. Ja, kann erst mal, zumindest mal verzögern hier. Was? Schiri, das war schön dazwischen gestellt. Sonst gibt es auch den ersten Wechsel bei Bayer Leverkusen. Brahimi geht raus, kommt rein natürlich. Gut, wer geht? Wer geht? Wer geht? Man weiß es nicht. Egal. Ei, ei, ei. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt ist doch mal ein bisschen Platz hier. Löwen. Ah. Der weiß doch nicht wohin damit. Der weiß doch nicht wohin damit. Obacht. Obacht. Aller Mächt. Aller Mächt. Aller Mächt. Vorsicht. Tor. Das sitzt abseits, ganz slow down. Ich dachte schon, der Pfeift halbzeit. Aber der Pfeift. Strafstoß. Sehr schön, Löwen! Ja! Ja! Tor! Tor! Vielfunden! Erstes Bundesliga-Tor! Erste Saison-Tor für den ersten Lauf zu Nürnberg! Und wie schon, Vielfunden mit dem 1 zu 0! Ihr bist solarisch mit dem 1 zu 1! Ich werde verrückt! Tor in Nürnberg! Ja! Klasse! Doch tatsächlich aus dem Nichts! 1 zu 1! Yes! Sehr geil! Sehr, sehr geil, Freunde! Sehr, 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 sehr geil! So, weißt du was? Wir werden jetzt auch nochmal... Löwen, auf jeden Fall mal raus von Valentini! Vorten lassen wir jetzt nochmal ein bisschen! Ich glaube, der hat jetzt ein bisschen Luft geschnappt! Nein! Sehr schön, jetzt rollt die Kugel beim ersten Lauf zu Nürnberg! Das begrüßen wir! Das begrüßen wir! Nächste Flanke! Obacht! Leno hat ihn! Leno pariert ihn! Ei, 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 ei! Nächste gute Möglichkeit für den ersten Lauf zu Nürnberg! Werde das gedacht? Wer hätte das zu Beginn? Dieses Spiel gedacht? Jetzt kommt da nochmal der erste Lauf zu Nürnberg! Ah! Unten! Ja! Oben! Nein! Ah! Vorsicht! Jetzt ist es doch ein offenes Spielchen! Jetzt ist es doch ein offenes Spielchen! Vorsicht! Sehr schön! Klasse! Seidenwechsel auf Leipold! Vorten! Kriegt er die noch? Der kriegt er noch! Unglaublich! Vorten! Oh, da wird er gefault! Da wird er gefault! Dann gibt es jetzt gleich auch, denke ich mal, die gelbe Karte! So ist es! Gelbe Karte für Phil Vorten! So, den werden wir jetzt auch mal raus tun, gibt Pflicht! Den Vorten hauen wir auch nochmal raus, für Grüne! Und dafür hauen wir nochmal den Braun rein! Für Möwe einfach! Weil wir es können! Weil wir es können! Zwölf Minuten vor Ende des Spiels! Hier Vorten! Ja, da geht der Gestüm rein, der Kollege! Da geht er doch ziemlich harsch rein! So, Dreifachwechsel jetzt beim 1. FC Nürnberg! Auf geht's, Knubberer! Sehr schön! Ischak! Ischak! Ischak wird abgefälscht! Junge, 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 Junge! Wird abgefälscht! Sie haben ihn in Kimmich! Sie verarschen! Ich hab nicht vergesen! In Kimmich, cool, Alter! So, Everton! Unten, sehr schön! Leibold! Leibold! Ja! Ja! Abgefälscht! Es gibt nochmal einen Eckball! 84. Der Braun war es! Anneliese Braun! Die Anneliese! Etzeler Behrens! Nix da! Kein Kopfball! Ah, schade, schade, schade! Jetzt bloß kann Kontakte wischen! Jetzt bloß kann Kontakten reinkommen! Obacht! Leverkusen kommt! Obacht! Obacht! Vorsicht! Forsten! Und der Keil! Ei, 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 ei! Sie nannten ihn Glücksduselmeier! Abseits! Kein Abseits! Tor für Leverkusen! Das gibt es nicht! Wahnsinn! Und das ist Abseits! Das ist Abseits! Der pfeift! Das ist, glaube ich... Oder zählt, ja? Der zählt! Das Tor zählt! Das Tor zählt! 2 zu 1 für Leverkusen! Das ist doch bitter, Freunde! Oben nochmal, sehr schön! Ach, bitter, bitter! Nürnberg schlägt sich tatsächlich selber! Nürnberg schlägt sich hier heute tatsächlich selber! Bringt sich um den verdienten Lohn! Jetzt darfst du aufpassen, dass du hier völlig auseinanderbrichst! Oben! Edgar Salis, sehr schön! Kommt er hin? Er kommt hin! Ah, das ist leider nichts! Das ist leider nichts! Zu spät! Oh, wow, wow! Da haben sie sich verschätzt! Die Klubberer! Obacht geben! Jetzt bloß nicht das 3 zu 1 reinkriegen! Oh! Und wenn du halbweg hast, stehst du am Ende, am Ende mit leeren Händen da! So ist es auch hier in Nürnberg verliert. Leider konnte es ein bisschen unglücklich mit 2 zu 1 gegen Bayer Leverkusen. Es war tatsächlich mehr drinnen. Einen Punkt hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt. Und so bleibt es bei der Niederlage gegen die Werksleif vom Rhein. Warte, sind die vom Rhein? Leverkusen? Leverkusen am Rhein? Also sind ja fast alle da am Rhein. Naja, in diesem Sinne, vielen Dank, bye bye! Bis zum nächsten Mal, bei vielfach! Ciao, euer Frank Lever.